Guten Morgen. Guten Morgen, Ona. Hallo. Ich schmeiß das nur runter. Ohne Zähne. Ohne Zahn kann ich schon richtig abbeißen. Man muss ja einfach... Ablutschen. Sie kennt es ja gar nicht anders. Sie hat sogar die Zähne. Nie Zähne gehabt. Einfach nur ablutschen. Lecker Leberwurstbrot. So, guten Morgen, liebe Leute. Wir sind noch fit. Und halten zusammen. Und du? Auch fit? Ja. Und du? Nein, das wird ja nicht so gut drauf. Ein bisschen schlechter, glaube ich. Die Zähne sind relativ frisch. Die haben noch eine leichte Restwärme. Oh. Mensch, schön. Dann kann man die essen und wir frühstücken. Die Tage sind jetzt nicht so ereignisreich mehr. Würde man sagen. Das ist in den Armen jetzt. Das ist ja eigentlich ein Sonntagsvlog. Genau. Die Mutti hat jetzt dann trainiert, ganz fleißig. Mit dem Papi zusammen. Hier. Ja, ja. Das Trizept. Und Papa hat uns eine Rutsche aufgebaut, aber die dürfen nicht mehr putzen. Das ist ja ein Trizept. Das ist ja ein Trizept. Das ist ja ein Trizept. Papa, du hast ja eine Putze aufgebaut, aber die Trizept. Ja. ok wenn erst mal unten heute ist sonntag ich weiß ich sollte ja nicht unten sein bin aber hier unten ein bisschen räumen muss ich seit der überschlemmung haben wir nämlich seit dem wasserschein nicht mehr zurückgeräumt ordentlich alles das muss heute mal passieren ein bisschen aufräumen ja 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 Ich bin so nah, ich bin so nah, ich bin so nah. So, so. So, so. Okay, Bohrer und so ein Quatsch. Bremshebel. Laufradsatz. Alles einlagern für irgendwann, falls es irgendwann mal wieder Normalität gibt. Schwachsinnung. Wunsch dir, danke. Alle nur Wunsch dir da unten. So. Aufwärtsatz. 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 Was haben wir? Hanteln. Hockzack. Noch ein Laufrad. Hanteln. Hockzack. 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 war es das erstmal. Kann man einlagern oder gleich wegwerfen. Dämpferpumpe. Ich stoppe einfach mal alles voll hier hinten. So, dann habe ich hier Alkohol. Ohne Ende. Den will ich natürlich auch hier oben drappieren. Schaut mal da. Die Alkoholabteilung. Seht ihr das? Ja, seht ihr. So. Also die dicke Abschlussparty kann man ja machen. Wenn die Endzeit kommt. Alkohol ist eh noch da. So. So. Jetzt zeige ich euch diesen wunderschönen Tisch. So. 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 Genau. Tasche. Taschen. Okay. Weiter. Weiter jetzt hier. blanket. Du. River. Super. Hoje. Kein. Schön. Changing. gib. La. Rid. 특히, Tem. dann brauchen wir hier, das kommt nach oben, ne das kommt nach oben, kommt der hin einmal alle drei, viermal, ne next jetzt jetzt okay einmal 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 dann brauche ich noch, ich werde noch ein Video machen, da wird keiner mehr interessiert, aber da werde ich jetzt noch ein Video von machen, von der Velocity-Nabe hinten, hinter Rad beim Pucki wird wahrscheinlich keiner mehr sehen, sich anschauen muss, aber das zeigt man, muss ja weitergehen, muss ja weitergehen okay ich klage jetzt alles ein ist klar, ich lage jetzt alles ein, weil es macht ja keinen Sinn, jetzt hier ruhig nicht hier rumstehen haben, wird jetzt alles in den Keller gebracht und dann ist erstmal wahrscheinlich Schicht ab Montag sowieso, wenn ich halt nochmal kurz offen, muss ich mal sehen, oder mit Klingeln für Notfälle, wenn die Lieferanten noch liefern, ist auch wichtig, ja, wir warten mal ab, wenn dann was so passiert, jetzt wird erstmal reinrollen, sodass ich abschließen könnte, zählen nicht und sonst kms 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, jetzt mach ich draußen an die Rädern und das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich habe eine Idee, wie's eventuell weitergehen könnte. Das müssen wir wirklich sehen. Allerdings nur mit Schutzmaßnahmen irgendwie müssen wir doch irgendwie ergreifen. Aber die Leute müssen halt mobil bleiben. Das darf man auch nicht vergessen. So, das war's für heute auf alle Fälle hier im Laden. Ich habe hier alle Keller sind gemacht. Jetzt habe ich ab. Wir kochen was jetzt. Das ist jetzt hier. Ihr kocht jetzt was? Das ist gut. Oh, mir ist so kalt, ey. Das ist richtig heiß. Hier. Oh, mach zu. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann. Ich weiß ja nicht. Das ist ja auch kostenlos. Kostenlos. Kostenfrei. Natürlich muss das irgendwie finanziert werden. Also es funktioniert nur, wenn Spenden drin kommen. Natürlich. Ob man nicht so auf Spendenbasis... Natürlich Materialkostenersatz, ja, irgendwie sowas. Auf Spendenbasis natürlich... Verliebt man natürlich nichts, aber... Aber eben auch nicht nur Standards. Also nicht hier, mach mir mal mein Rad schön. Oder bau nicht mal um auf Singlespeed oder sowas. Das kostet dann ganz normal, ne? Nur, Bremse funktioniert nicht. Bremse funktioniert nicht. So, dass es verkehrssicher ist, dass das Licht funktioniert. Aber nicht fancy, sondern einfach nur funktioniert. Glühbirnen tauschen, et cetera, sowas. Vielleicht macht man jetzt so was. Hältst davon? Die Leute können sich das nicht mehr leisten. Naja, manche sind ja angestellt. Manche sind ja angestellt, ja. Da müssen die halt tatsächlich, so leid wie es mir tut, müssen die dann halt für die anderen spenden. Keine Ahnung, sowas ist dann kostenlos. Muss man fegen sein. Das biete ich dann kostenfrei an. Ich hab eh kein Geld oder so. Wenn Leute Fahrrad kaufen, dann kaufen sie ein Fahrrad. Ja. Aber wenn Leute einfach nicht können, dann können sie einfach. Ist da Schaum drin? Ist da Schaum drin? Ist da Schaum drin? Boah, es ist so kalt. Müssen wir jetzt aufwärmen. Ich schaue jetzt nochmal gleich bei BBF rein, wie die Lage ist. Also. Ich schaue jetzt nochmal gleich bei BBF rein, wie die Lage ist. ist ob nach wie vor geliefert wird oder nicht das wäre wichtig zu wissen jetzt schneide ich erstmal den blog von gestern ist schon 12 uhr tut mir leid aber ich war mir jetzt wichtig dass ich erstmal unten alle klar habe alle klar schiff und dann ist gut kann keiner mehr meckern oder so hier wegen so belanglosigkeiten die eigentlich die leute nischt angehen aber du wirst ja wegen kleinigkeiten wird sich immer gerne aufgeriecht naja ist erledigt jetzt so 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 Das war's für heute. 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 Das Bett wird total missbraucht als Sportarena. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis dann, ciao. Ciao. Ciao.